In der heutigen Folge LuckyBlockBetWars hab ich hier irgendwo eine geheime Treppe versteckt, Leute! Was geht denn da? Hey Leute! Was geht? Ich war willkommen zu einer Folge LuckyBlockBetWars mit Ende! Was geht? Was geht, Bro? Willkommen wieder zu einer neuen Folge! Weiß nicht, weiß nicht! Oh, warte, wir haben schon 25 Emils! Ähm, ich will trotzdem die Mitte haben! Ich glaub, ich bau mich sofort... Nein, die Mitte gehört Bier! Ich glaub, ich bau mich sofort rüber, weil, Leute, wir können den neuen LuckyBlock gleich noch nicht mehr gleich aufmachen. Der ist komplett heftig! Er wurde nämlich von GameStyle Excel erstellt. Und, Leute, ihr werdet gleich sehen, der LuckyBlock ist richtig krass! Er selber behauptet, der LuckyBlock soll stärker sein als LuckyBlock Schatz! Und auf jeden Fall stärker als Ende! Hör auf damit! Du musst runter, Alper! Du darfst nicht in die Witze! Du musst da runter! Flieg, guck du Vogel! Tschüss, Ende! Nice, Mann! So, ich will erst ein paar Mal... Oh, ich hab nicht genug Blöcke, Leute! Wir haben, glaub ich, gleich ein Problem! Moment! Das müssen wir kurz lösen, das Problem! Sonst kommt gleich Ende wieder! Hau ab, bitte! Ich brauch nur Blöcke! Ja, du fliegst jetzt! Soh her! Ich werd gar nichts, Ende! Nein! Oh, du hast nicht fast noch bekommen, Ende! Aber zum Glück nicht mehr! So, den Block muss ich ja auch noch mitnehmen! Zack! Ich bin gleich auf jeden Fall richtig gespannt auf den LuckyBlock, Leute! Da gibt es sogar einen Eifersteinblock, glaub ich! Den werden wir uns gleich anschauen! Ende, denkst du, es gibt noch einen Eiferblock? Ich hoffe mal, dass es den Eiferblock gibt, oder? Ich hoffe, den gibt's nicht! Das ist doch richtig gut! Nein, bitte! Den muss es geben! Ich hoffe, es gibt Eifer zu sauer oder so! Richtig nice! So, ich hab dir ein paar Irons in der Mitte gelassen, Ende! Ich würd sagen, die investier ich euch jetzt auch sofort in den neuen LuckyBlock! LuckyBlock OP heißt der! So, wir haben jetzt erstmal mit Lack 0 geholt, danach holen wir die mit Lack 100! Ende, nicht alle holen! Hey! Ich hab nur 8 Stück aus der Mitte genommen! Oh, beruhig dich! Tschüss, meine Eltern, weil wir wissen auch gar nicht, ob wir hier... Oh, was ist das für ein Schwert, Leute? Das sieht schon mal krass aus! Wie heißt das? Das heißt, das ist OP-Lucky-Schwert! Okay, das sind immer diese normalen Lucky-Schwerte, die sind gar nicht so OP! Ich glaub, die machen immer einen random Effekt! Oha, was ist das? Ich krieg Gift, Alter! Wieso krieg ich Gift? Kriegst du auch Gift? Nein, bei mir ist alles normal! Ich krieg zwar kein Gift-Schaden, aber... Ich hab trotzdem so den Gift-Effekt, wie funktioniert das denn, Leute? Keine Ahnung, packen wir uns mal... Oh, ich hab mir noch Emeralds, ups! Die merken wir uns vergleichen, Leute! Alter, holst du... Hör, warte, guck mal! Ich hab ein Versteiner-Effel bekommen, siehst du das? Oha, gib dir mal her! Hörte, was hast du noch für eine Angst? Werd weg, Kumpel, bitte! Ich hab nicht so viel... Nein! Was soll das, Hörte? Wieso? Ich geb dir jetzt alles! Hörte, nein! Ich hab acht Emeralds! Ich will die wiederhaben, Kumpel! Gib die her! Jetzt haben wir beide nix! Meine Axt hatte fast unendliche Attack-Damage! Was? Unendliche Attack-Damage? Das ist ja richtig krass, Alter! Das freut mich für dich! Ich hab keine Ahnung, so fünf-sechs-stellig! Ist jetzt nicht mein Problem, Alter! Es ist eh vorbei! Ich nehm jetzt alle Emils mit anstrafen, weil du mich gekickt hast, Alter! Ich nehm jetzt wirklich alle, Mensch! Okay, ich lass dir noch... Nein, bitte! Nicht alle! Ja, zwei lass ich dir noch vielleicht! Weil ich ein guter Freund bin! Wo bist du hin, Alter? Hör, du bist uns nicht! Warte, warte, lass mich abhauen! Bitte, Alter! Nein! Die Emeralds! Alter, wir haben gleich keine mehr! Wir sind gleich beide! Nein, die gehören jetzt vier! Oh, du hast dich aufgesammelt! Wenigstens hast du dich aufgesammelt! Wenn die weg ist, wäre nicht so gut! So, jetzt muss ich schnell den Alpharschein-Apfel essen! Oha, ich glaub, das ist wieder Schein-Apfel! Okay, nee, ich kann nicht fliegen und ich bin nicht unsichtbar! Aber die gibt gute Effekte! Wo bist du, Alter? Ich mach dich jetzt plant! Ich glaub, ich hab auch Stärke! Wo ich bin, Alter? Find mich doch! Bist du in meiner Base, Alter? Nein! Okay! Ach, ich bin ja unsichtbar! Ja, deswegen! Ich seh dich nicht! Hä? Fick! Alter! Wo gehst du dich an? Da! Hab ich dich? Ja, ich hab dich! Und die Emeralds! Aber nur zwei Stück! Okay, nice! Was hast du denn für ein Apfel? Black-Light-Apfel? Ich bin gespannt! Welcher... Oha, da gibt es voll die Sprungkraft! Wie heftig! Und jetzt bin ich auch unsichtbar! Jetzt weißt du was, Ente? Ich bin gerade rübergekommen! Ach so, bist du rübergekommen! Ich verstehe, Ente! Oder liegen noch Pirates? Dankeschön, die nehm ich! So, du hast ja immer noch Rüstung, Ente! Wie viele Lacken begannst du von denen? Viele! Ich hab noch gar nicht so viele geholt, Ente! Ich freu mich auf jeden Fall, dass du viele hast! Komm her! Gib mir die Herzen! Hey, geh mal kurz! Alfa! Ich brauch die! Wo hab ich die letzte aus? Was ist denn da? Ich glaub, deine Schuhe machen dich komplett OP! Ich glaub, deine Schuhe... Ich glaub, das sind diese Shades... Das sind die Lucky Block OP-Schuhe! Ich glaub, die sind so stark wie Shades sogar noch stärker! Deswegen würde ich sagen, hau ich lieber ab, Leute! Ich glaub, das wird... Oh, dann versteck ich die erst mal! Dann versteck die lieber erst mal, Ente! Oh-oh! Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es wird! So, jetzt hol ich auch meine Embrace-Paschstück! Den Alfa-Stein-Apfel-Feich haben wir bis jetzt am meisten! So, lass den auch mal essen, Leute! Und jetzt, lass weiter einkaufen gehen, bevor er gleich wieder kommt! Hast du schon den mit Lack 100 geholt oder noch mit Lack 0? Ja, immer so gemischt! Manchmal so und manchmal so! Hey, was soll das? Ich glaub, das surfen wir doch gar nicht! Ach so! Du Cheater! Egal! Oh, ich hab einen neuen Bogen bekommen! Schau dich an, Leute! Ich bin gespannt! Den Tentra-Bau! Nein, aber ich brauch Pfeile dafür! Oh, das ist gar nicht gut! Weil manchmal geht das ja ohne, Leute! Aber hier leider nicht! Wieder den Alfa-Stein-Apfel, wieso nicht? Den nehm ich gerne mit! Und was ist das? Oha, ist die Spintakel-Stärk! Wie viel ist das? 62 Milliarden? Keine Ahnung! Und die baut richtig schlapp, Leute! Seht ihr das? Zack, ich muss hier nicht mal die... Ihr seht nicht mal die Abbau-Animation! Das ist wie im Game-Mode! Man baut einfach sofort, ja! Okay, weiter geht's! Hier hab ich noch einen mit Lack 0! Den machen wir auch auf! Oha, wieder eine Axt mit 51.000! Ich würd sagen, die legen wir weg! Falls uns Ende gleich eingreifen kommt! So, dann haben wir jetzt zwei OP-Lucky-Blocke mit Lack 100! Ich bin gespannt! Was ist das denn? Ich wollt grad sagen Emeralds! Aber ich glaub, das sind keine Emeralds! Warte, wir müssen mal schauen! Das ist der K-Me-Block! Oder K-Me? K-Me-Material! Oh, oh! Oh, Ente, ich komm mal raus! Kann man Rüstung craften? Oh, nein! Bitte nicht! Oh, die sieht ganz stark aus! Ente, bleib weg! Ich seh dich mit deinem Schwert! Oh, oh! Wo bist du? Ja, nix! Zum Glück bin ich unsichtbar! Wo bist du? Sag ich dir nicht! Was ich niemals finde, Ente! Hier weg von meiner Base! Oder ich besiege dich! Ente, du darfst meine Spitzhack hier nicht unterschätzen! Okay, das geht! Beeil dich, Ente! Los! Mach schneller! Hey, da bist du! Oh, du hast das Schwert bekommen! Oha! Ich glaube, das Schwert muss wahrscheinlich noch stärker sein! Das sieht auf jeden Fall richtig stark aus, Leute! Hör auf in die Luft, da! Und du wirst mich niemals treffen! Hey, hey, hey! Versuch doch ab, so! Du wirst es niemals schaffen! Hey! Oh, oh! Und fliegt er... Alter, nein! Grabe ich dich an! Oh, oh! Ich glaube, du hast dich berührt, aber ich habe überlebt! Was bist du? Sag ich dir nicht! Weißt du was? Ich berühre dich jetzt mit meiner Spitzhack! Zack! Ich habe dein Schwert! Nice! Es gibt uns nur das Schwert dabei! Deswegen... Oha! Wieso konnte ich das überleben, Leute? Wegen meinen Effekten vielleicht? Wie krass war das? Das hat auch so viele Tech-Damage! Mehr als meine Spitzhack eigentlich! Oder? Oder mal? Das sieht auf jeden Fall mehr aus! Oh, egal! Lass uns jetzt erst mal... Wo ist das gescannt? Ich habe gar nichts gescannt! Du hast mich angegriffen! Das ist ein Problem! So, ich brauche jetzt erst mal ganz viel Holz, Leute! Hey! Ente, warum bist du schon wieder hier? Bleib weg, Kumpel! So, Freund! In das Materialform! Ente, das ist mein Material! Ente, ich besiege dich! Ciao! Bleib stehen, Ente! Bleib hier! Du kommst ja nicht weg! Oh, ich will nicht mal! Wieso bin ich wieder sicher? Das ist gar nicht gut! Oh, oh! Ich will einfach schon Affen essen! Ente, ich glaube, du machst mir kaum Schaden! Guck nicht in meine Energies! Ey, was hast du denn genommen? Nein! Hast du gerade die OP-Schuhe rausgeholt? Ja, weiß ich! Oh, die Effekte da drauf, Leute! Nice! Danke schön, Ente! Das war nicht so schlau von dir! Ach, Mann, ey! Ich würde sagen, ein Zeig... Oha, du hast auch ein neues Material! Was ist das? Das ist Brot oder so! Okay, und ich habe bis jetzt Chemie, oder wie das heißt! Ich will jetzt auch mal was craften! Ich mache jetzt unbedingt eine Backbank! Deswegen müssen wir erst mal ein bisschen kommen, bis zu den Farben, Leute! Let's go! Ich glaube, der ist nämlich hier ein bisschen wie Shade aufgebaut, der Lucky Block! Also ein bisschen ähnlich! Hier gibt es auch viele verschiedene Rüstungen und alles! Wir müssen die nur noch kennenlernen! Oh, ich brauche noch ein Holz! Moment! Und einen anderen Lucky Block konnten wir irgendwie nicht hinzufügen! Es hat irgendwie nicht funktioniert, also, falls du das Video siehst! GameStyle Exe! Ich glaube, wir haben ja einen Bug! Wir konnten irgendwie keine anderen Lucky Blöcke hinzufügen! Wir spielen auf der Vision 1.8! Vielleicht kennst du dich ja besser aus! Keine Ahnung! Und es wäre cool, wenn wir nächstes Mal hier auch Shade hinzufügen könnten und alles dann Shade gegen OP Lucky Block machen könnten! Das wäre, glaube ich, richtig heftig! Würde, glaube ich, die Zuschauer auch freuen! Alter, was machst du da? Wieso kommst du rüber? Weil ich dich fertig machen werde! Alter, das darfst du nicht! Und das schnellst du nicht meine Spitzakette! Komm her! Oh, oh! Was passiert? Wer gewinnt? Wer hat den anderen zuerst getroffen? Bitte? Ich komm schon! Immer wenn das Sommerdeck leute! Heißt das, dass man richtig viele Tech Damage gerade gemacht hat! Und... Ich lebe doch! Deine Rüstung ist kaputt, Alter! Warum hast du das überlebt? Hä? Du überlebst das auch, Alter! Ich glaube, wir sind beide gerade noch richtig OP! Ich glaube, wegen irgendwelchen Orbs oder... Ja, ich glaube auch! Wegen irgendwelchen Orbs vielleicht oder wegen meinen Apfeln... Aber, Alter, guck mal, wie ich dir die Kompos gebe! Nein! Du fliegst gleich hier runter, Alter! Yeah! Oha, OP! Komm, wo habt ihr das gesehen, Leute? Nein! Weg mit dir! Egal, was du versuchst, Alter! Du kommst nicht an mir vorbei! So, wir haben die Kimi-Schuhe! Jetzt crafte ich erstmal die ganze Rüstung! Und dann gehe ich zu dir rüber und gehe dich endgültig besiegen, Alter! Boah, bitte, Alfa, tu das nicht! He, 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 oh doch! So, ich habe die ganze Rüstung! Kann man vielleicht mit der sogar fliegen oder so? Nein! Die Mobs kriegen auch keinen Schaden, das ist sehr gut! Aber, Leute, ich wollte doch schnell gucken, kann ich daraus noch ein Schwert craften vielleicht? Nein, das geht nicht! Halt um! Oder hier, Leute, was kann man noch craften? Nein, das geht echt nicht damit! Nur Rüstung! Oh, mein Gott, Alter, ich werde dich jetzt platt machen! Mit meiner Splinterkin-Uhr! Ich brauche nicht mal ein Schwert oder so! Oh, nein, bitte! Es ist vorbei! Was machst du an deinen Abwenden? Leute, das Material bringt dir nichts! Ich klau mir jetzt das ganze Material! Her damit! Zack, 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 zack! Hä? Warte! Du hast noch wegst, Dick! Warte, nein! Ich kann nicht fliegen! Bitte mit dem Apfel! Komm schon, Leute! Kann ich fliegen? Ich kann nicht fliegen! Das darf doch nicht wahr sein! Oh, oh, Leute! Das ist gar nicht gut! Wie konntest du mich so einfach besiegen? Nein, was? Hat dich irgendwas in der Ender-Chest, Leute? Ich muss schnell nachgucken gehen! Sonst bin ich, glaube ich, gleich am Ende... Oh, ich habe noch ein paar Sachen! Okay, es ist doch alles gut! Wir können auch schön weiterspielen! So, let's go! Jetzt hole ich hier nur mit lang 100! Vier Stück! Und, äh, machst du gerade auch welche auf, oder was? Ja, ich mache gerade auch welche auf! Ah, freut mich! Ich habe den Kinter-Äpfel! Warte, du hast Kinter-Material, oder nicht? Das rote? Äh, oder wie das heißt? Keine Ahnung! Hä? Ja! Ich mache nicht bloß 100 auf, aber ich kriege gar nicht so gute Items! Das ist überhaupt nicht nice, Leute! Aber ich glaube, ich habe ein krasses Schwert! Was ich gleich komplett one-hitten wird! Deswegen, ich muss jetzt hier eine Chance nutzen, Leute! Vielleicht hat die Ender noch Emeralds, die wir uns abstauben können! Das wäre ganz wichtig! Warte! Boah, ein neues Material! Was geht, Bro? Ich mache nicht, Flattmann! Diesmal bekomme ich nicht! Nice! Herr damit, Herr damit! Ja, du hast sogar noch ein paar Lucky Blöcke! Let's go! Zwei Stück, die nehme ich mit! Und schnell weg, bevor du uns wieder runterkickst, Leute! Wir müssen es fallen! Oh, es ist noch zu riskant, Leute! Wir brauchen wieder ein paar Items! Ich habe fast gar nichts mehr! Ich habe auch fast nichts mehr! Ich mache die nächsten zwei noch auf! Komm schon! Irgendwas Gutes! Hä? Aber, Alter, guck mal in die Mitte! Da sind wieder Emeralds! Ich glaube, die Map wurde resetet! Let's go! Die können wir! Ja, da schnapp ich mir! Hörst du weg! Da sofort! Oha! Du hast ja voll die krasse Rüstung! Gänze, bitte! Geh mit dir! Hörst du, ich brauche mal Emeralds! Komm schon, Kumpel, bitte! Komm her! Nein! Was? Hä? Wie kann das sein? Oha! Wie unfair! Hä? Ich glaube, deine Schwert hatte gar nicht so viele Tech-Namage wie meins! Deswegen habe ich dich direkt wo an! Du hättest perfekt! Aber du bist schon in der Mitte, wie bist du aus dem Schwenk gekommen, Alter! Das ist mir ein paar I-Rings! Ich habe ein Rüst gesteckt! Ciao! Oh, Leute! Das ist gar nicht gut! Ich müsste mir eigentlich noch mehr holen gehen! Aber okay, ich riskiere es lieber nicht! Ich darf gar nicht alle meine Items verdienen! Das wäre viel zu dumm! Das ist okay, Alter! Das ist okay! Hol dir schon da deine Items! So, ich brauche wieder zwölf Stück! Dann kann ich, glaube ich, wieder vier holen! Reicht, glaube ich, erstmal vier OP-Lucky-Blocks! So, Ente, welche machst du auf? Auch die OP-Version! Nee, gerade die softe Version, weil ich habe nicht so viele Emeralds! Okay, das freut mich, Ente, noch eine Spielzeige! Komm schon, ich muss doch endlich diese Shane-Rüstung kriegen hier! Was noch stärker sein soll als Shane! Komm, das wird nicht so einfach, Leute! Oh, aber Leute, ich sehe gerade, ich habe gar keine Emeralds mehr, oder? Oh, ich bin wieder pleite! Dann lass wieder zur Mitte gehen! Vorher ist ich wieder ein einfach schöner Apfel! Allein, weil das so cool aussieht! Let's go! Ente, du bist doch mit mir! Für immer, ich hol mir jetzt wieder alle! Nein, das gehört ich dir! Doch, ich hol mir jetzt einfach... Ente, bleib! Oh, was ist das für Rüstung, Ente? Bitte! Greif ich dich an, okay? Ich brauche nur Emeralds, Kumpel! Ja, darf ich! Ente, ey! Du kannst sogar fliegen, Ente! Nein! Ja! Bleib stehen, Kumpel! Du fliegst auch runter! Nein! Ja, du fliegst auch runter! Nein! Let's go! Komm schon! Ach, weißt du was, Ente? Ich habe gerade eh genug Emeralds gefangen! Ich habe sie doch schnell in meinen Energies gepackt! Du kannst ruhig... Oh, du brauchst echt schon ein Rüstung! Was soll das? Ja, das ist jetzt immer, ist egal! Das ist okay, Ente! Ich habe, glaube ich, eh genug! Ich hoffe, meine letzten sollten gleich noch reichen, Leute! Ich hoffe, ich habe hier genug gesammelt! So! Dann müssen wir nur noch den OP, die plus 100 OP Lucky Block holen! Dann wäre das, glaube ich, richtig gut! So, let's go, Leute! Lass den einkaufen gehen und jetzt hoffen, dass wir endlich diesen OP Lucky Block bekommen! Wir haben die OP-Rüstung! So, let's go! Ente, was machst du gerade so? Ich farm gerade! Du farmst? Was farmst du, Ente? Da gibt es doch gar keine mehr! Eine neue Rüstung! Ach, du farmst eine neue Rüstung! Ist okay, Ente, alles gut! Oha, Bandrock-Blöcke! Erstmal ein Bett zu bauen! Und? Oha, was habe ich hier noch bekommen? Bisschen, ja, es geht sogar ohne Pfeile, Ente, mal weg! Ich habe einen OP-Bogen! Stehen bleiben! Nein! Ente, nein! Sie wird einen Bogen! Wow! Wie krass ist der Bogen! Einfach nur einen Pfeil und ich habe Ente besiegt! Also hat der eine, der getroffen hat! Oh, nice! Ich bekomme endlich die Rüstung, Ente! Warte mal, ich hatte doch schon die Schuhe, glaube ich, von dir! Jetzt habe ich noch den Helm! Wenn ich die komplette Rüstung am Ende, dann ziehe ich die an! Und dann... Und wer bittet das nicht! Und dann wirst du endlich verlieren! Ich werde nicht besiegen, Ente! So, let's go! Wir müssen noch mehr von Lucky Blacking aufmachen, Leute! Wir brauchen die OP-Rüstung, bitte! Und jetzt... Oh, ich habe wieder den Helm bekommen! Den spannen wir uns auch wieder auf! So! Packen wir rein! Oh, die Chestnut habe ich auch bekommen! Ente! Es geht richtig ab, Ente! Wer gibt es mir her? Oh, haltet! Oh, was hast du hier schon wieder? Ups! Wie konnte ich dich gerade one-hit, Ente? Ich weiß es selber! Nein! Äh, Ente! Geh nicht zu meiner Seite, okay? Hä, mein Zentrum war's hier! Was hier lag, ist weg! Ente! Alles gut! Geh einfach nicht zu meiner Seite, okay? Ich glaube, ich habe nebenbei das OP-Schwärts! Oh, oh! Also, welchen Apfel habe ich eben gegessen? Der hat mich, glaube ich, so OP gemacht! Sollen wir essen wieder ein paar von dem Apfel? Ja! Mit dem bin ich, glaube ich, unbesiegbar! Mach nur was zu wild, Ente! Das bringt ja nichts! Aber bau nicht mehr deinen Schleswig-Hand, okay? Ente! Weg davon! Ente! Nein! Wieso kann ich nicht one-hit'n und du mich nicht? Irgendwie verstehe ich es nicht! Ich glaube, es liegt an dem Apfel oder so! Ich glaube, das ist richtig krass! Und ich habe die Hose! Bauten wir alles auf der Hose! Was ist da für ein Gesicht drauf, Leute? Ihr könnt doch nichts gehen! Guck mal! So, mal gucken! Das sieht so aus, als wäre da irgendein Gesicht drauf, als doch keins! Ich dachte, da wäre mein Gesicht drauf, Leute! Das wäre richtig lustig! Ente! Es ist vorbei für dich, mein Kumpel! Nein! Für mich ist es nie vorbei! So, Leute! Ich würde sagen, wir packen das doch erstmal weg! Den Bogen haben wir auch noch! Ente! Ich schenke dir jetzt ein paar Lagimplöcke von denen, okay? Aber greife ich nicht an! Oha! Echt jetzt? Ja, ich habe gerade ein paar Apfel gekauft! Oh, ich wollte dir nicht alle geben, Ente! Ich will doch fast... Wo hast du zu viele? Ente, es geht dich gar nichts an! Ey, geh die auf deiner Seite aufmachen, Ente! Geh die auf deiner Seite aufmachen, Ente! Ente! Mich angreifen bringt nichts! Es ist, glaube ich, wirklich schon zu spät! So, geh rüber! Dann schenke ich dir gleich noch mehr sogar! Jetzt ist es nämlich soweit! Ente, du bist zu breit, um zu verlieren! Hä, wirst du verlieren? Ich habe die ganze Rüstung! Und was? Ich mache noch hier die letzten auf! Vielleicht gibt es da noch ein Teil, was ich noch nicht habe! Die Axt davon, die hatte ich noch nicht zum Beispiel! Die Chestplate! Ach, komm Leute, ich würde sagen, wir ziehen jetzt an! Okay, drei, zwei, eins, let's go! Hä, die Arme sind weg! Okay, das ist, glaube ich, wie bei Pura! Ich habe Riss-Effekt! Du hast den Riss-Effekt unterhalten! Okay, ich sehe meine Arme nicht! Ey! Warum kriege ich Damage? Alter, hast auch die Rüstung! Ich habe das Schwert bekommen! Aber ich bin im Godmode, Ente, du auch? Eigentlich... Nein, ich habe die halbe Rüstung! Ja, aber du überlebst trotzdem! Vielleicht mit der Angst! Vielleicht kann ich hier auch mit der kann ich mich besiegen! Nice! Aber Leute, ihr seht, mein ganzer Bildschirm wackelt! Ich bin im Godmode! Das heißt, ich bin jetzt komplett unbesiegbar! Mich kann man gar nicht mehr besiegen in Minecraft! Das ist nicht mehr möglich! Ja, aber wieso kann ich dich besiegen? Ich glaube, weil du nicht die ganze Rüstung hattest! Und das hat, glaube ich, richtig viel Attack-Image hier! Schaut, leider konnte ich hier das Schwert benutzen! Aber Leute, wir haben es geschafft! Ach, ich muss noch ein Beta bauen! Das kann ich auch noch schnell machen! Und das ist ab, Ente! Let's go! Nein! Aber wir müssen noch mal kurz zu mir rüber! Ich muss dir noch was zeigen, Ente! Du hast dich ja eben gefragt, wo ich die ganzen... ...Emeralds... ...die ganzen lecken Blöcke hatte! Ups! Ja, das waren so viele! Ente! Es tut mir leid! Die waren so teuer! Ich muss entschieden! Ich hatte keine Wahl! Hä? Was ist hier? Oha! Das waren gar nicht so viele! Das waren nur einzelne Blöcke! Deswegen war, glaube ich, fair! So, hier habe ich das immer abgeworfen! Das war unter meinem Bett versteckt! Richtig heftig! Aber Leute, lasst einen Like! Lasst einen Abonnenten! Schaut mal vorbei! Und dann bin ich da genannt! Tschö! Ciao!